Und weiter geht es mit Moravind. Wir haben den Auftrag, Fagovs zu bespitzeln. Beziehungsweise Glatier 0.0. Um so herauszufinden, wo sein Versteck ist. Was der Typ auch nicht selber herausfinden kann. Wo das Versteck ist. Der ist doch nur faul! Und da ist Regen. Super. Ah, da rennt er schon. Schleicht umher. Überhaupt nicht auffällig. Nein. Guck am besten noch nach, ob unter Wasser noch einer ist. Um die, die ich beobachten will. Mein, der Typ müsste doch merken, dass der herumschleift. Aber nein, er tut es nicht. Die sind doch alle gezinkt. Ja, wir sind im Sumpf nicht hier. Ja. Herr Wachos ist auch egal, dass Fagovs rumschleicht. Ja, das ist dann wohl so ein Perfekt. Komm. Cool. Ich springe vom Bomben runter vom Leuchtturm und lande in den Markt. Super. Hätte ich mal den legitimen Weg genommen. Aber nein, ich muss ja alles schnell machen. Hauptsache Zeit sparen. Und wir haben den Ring wieder. Juhu. Jetzt kann ich den Ring den beiden Skript geben. Aus der letzten Folge. Vielleicht wären die dann Freunde. Ja. Es wäre klüger, im Hause zu bleiben. Ja, besonders bei dem Regen. Dann geh doch zu deinem Haus. Wo ist denn dein Haus? Nein. Nein. Ich habe mal so gefragt. Hast du ein Haus? Was wünscht ihr? Hast du überhaupt ein Haus? Hast du ein Haus? Naja, du bist... Du musst ja sowieso alles aufpassen, du kleiner Schotter. Ariel's handelt es aus. Aber er hat ein Haus. Und sie auch. Dreck mal das unbedeutende Verkaufen. Reiselaterne. Braucht kein Mensch. Auch wenn wir auf Reisen gehen. Schuhe brauche ich nicht mehr. Ich laufe ja momentan auch nicht mit Schuhen. Okay, ich laufe nicht mal rum. Komm. Man muss nur hartnäckig sein. Auch wenn da durch Sympathie verloren geht. Was wünscht ihr? Dass du die Klappe hältst. So, du... Was sagtet ihr gleich? Dass sie die Klappe halten soll. So, du Plattfuß. Ich habe das Geld. Ihr solltet vor dem Versteck finden. Ist euch das gelungen? Natürlich. Ihr habt so ein Versteck gefunden. Das ist ja großartig. Ich sage euch was. Ich werde euch 100 Raten geben. Und ihr könnt alles andere, was ihr dort gefunden habt, behalten. Habt Dank für eure Hilfe. Ja. Meinen kleinen... Man ist ausgewiegt, hä? Was wünscht ihr? Dass du die Klappe hältst. To-Wiese-O-Trea-O-Tralen. Nun, hallo, Chicken. Ich bin To-Wiese-O-Tralen. Nieses-O-Tralen. Ach, wirklich. Ich dachte, wir wären woanders. Zum Beispiel bei Mora. Die Hauptstadt des... Sumpf... Bärs... Das ist eine Krankheit, ja. Nur weil hier Schlammgraben rumlaufen und manche die übertragen. Ich schätze, ihr fragt euch, was hier von sich geht. Ich kann euch sagen, wo die Dienste sind. Es gibt nicht viel... Ja, neuesten Gerüchte. Mein Cousin hat behauptet, dass er bei Gnamok eine Stadt im Wasser... Im W... Eine Stadt im Wasser gesehen habe. Er ist jedoch ein Trunkenbold und verbringt zu viel Zeit in der Sonne. Gnamok. Statt im Wasser? Keine Ahnung, wo nochmal Gnamok liegt. Gnamok. Da ist das Pilarias. Gnah, die glaube ich, Gnamok, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Steuercraft. Wir sollen ja den Mörder finden. Von dem einen. Bedächtig sind immer die, die nicht bezahlt haben. Du hast auch nicht bezahlt. Die Muckelchen. Fagos hat erst recht nicht bezahlt, weil ich erst der Mörder. Mein Verdächtig ist ja meistens immer, der der am meisten hat. Porin, Wien. Ne. Hatte ich irgendwie ziemlich im Namen? Zufälligerweise steht seine Hütte dort. Ach komm. Das ist doch zu offensichtlich, ne? Ja. Mir geht es gut, danke. Ich habe gar nicht nach deinem Wohlbefinden gefragt. Was kann ich für euch tun? Erzähl mir was über den Mord an Prozessus Vitellius. Bist du etwa der Mörder, weil du so viel Geld ihm schuldest? Diese Abschau, mir habt verdammt recht. Ich habe ihn erledigt. Und das ist gut so. Er hat uns ehrliche Bürger eine Menge Geld aus den Taschen gezogen, indem er uns zu viel Steuern hat zahlen lassen und die Differenz für sich behalten hat. Das ist ein Schwein. Er hat andauernd mit neuen Kleidern sowie mit Geld und Edelsteinen geprotzt. Also habe ich den Bastard getötet und seine Leiche liegen lassen, damit er da draußen verrottet. Das ganze schmutzige Geld noch in seinen Taschen. Naja, der hat es eigentlich verdient, aber er ist rechtfertigt kein Mord. Ich meine, du hättest das ja auch mal Wache melden können. Ob denen die da glauben, das ist ein bisschen? Es rechtfertigt trotzdem kein Mord. Ihr seid einer von ihnen, was? Nein, ich trage keinen Rock. Wollte mich töten. Nun, dann gebt euer Bestes, Dunkelelf. Das bereitet mir kein Problem. Mir ist aber jetzt ein Problem, dass mein Vogel von meinem Kopf runtergeflogen ist. Noch mehr Blut, der Lakaie des Kaisers zu vergießen. Lakaie des Kaisers? Ey, ich bin wegen dem aus dem Knast gekommen. Warum auch immer ich im Knast war? Keine Ahnung. Das wird sowieso einem nie gesagt. Ihr werdet leiden. Ja, let's dance. Bei let's dance hast du keine Chance. Oh. Ist das nicht schön, dass er der Einzige ist, der so verbuggt ist? Ja. Tanzst du für mich? Warte. Hier sind Kerzen. Komm mal her. Geh mal zu den Kerzen. Dann kann ich sagen, ihr tanzt wohl gerne nah am Feuer. Nicht wahr? Kann ich mich noch zu den Kerzen schopsen in meinem Messerchen? Wow, zieht das viel ab. Und noch was. 6 Volt. Super. Prozessius Vitellius Ring. Grönliches Hemd. Hose. Und alles andere. Das wird jetzt irgendwie ein bisschen dumm, erst einzeln die Sachen zu nehmen und dann Leiche beseitigen. Das scheitert aber auch nicht. Ja, ich wollte eigentlich nicht zaubern. Ah. Ich komme mit der Steuerung einfach immer noch nicht zurecht irgendwie. Flasche. Ja, so sahst du auch aus. Wenn du nicht mal richtig kämpfen kannst, weil du verbackt bist. Dächer. Sack. Mit Reis drin. Einen Sack Reis. Da fällt mir so einiges ein, aber... Naja, ist ja auch egal. Ein Tanz im Feuer. Und er hat am Feuer getanzt. Uh. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Obwohl, wir könnten eigentlich in seinem Bett rasten. Zurück nochmal. Ist geheilt. Spät ist es jetzt? Sieben Uhr morgens. Das ist schön. Oh, es regnet. Immer noch. Es wäre klüger, im Hause zu bleiben. Ja, dann geh doch nach Hause. Warum tust du es nicht? Warum bleibst du hier dann stehen? Wo laufe ich hin? Hier um die Mauer. Wie spektakulär. Sie mich dabei alle angucken. Habt ihr noch nie jemanden an einer Mauer vorbeilaufen sehen? Er wahrscheinlich auch nicht. Ich spar mir einfach was. Er hat keine sarkastische Bemerkung verdient. Nein, das hat er nicht. Oh, das ist ja noch ein Korb. Warum habe ich den nicht mitgenommen? Den kann ich doch für fünf verkaufen. Ich bin mal wieder ein Genie. Blau sieht schon gut aus, aber braun scheint länger zu halten. Deswegen trägst du auch braun. Ja, bitte. Aber du guckst in die Richtung. Aber da ist doch nichts Blaues. Da ist nichts Blaues, oder? Meinst du den lila Rock von der Wache? Von Gran Cielo Storo. Bla, bla. Jetzt guckt doch nicht so... Verstört die Wand an. Was wollt ihr? Ich hab den Mörder seiner gerechten Strafen überstraft. Ich habe gehört, dass ihr über seinen Mordserkundigungen eingeholt habt. Ich bin froh, dass dieser Fall nun abgeschlossen ist. Hier ist eure Belohnung, Chicken. Es ist gut zu wissen, dass es noch Bürger gibt, die wissen, was sie ihrem Kaiser schulden. Ist ja nicht so, als hätte ich ihm meine Freiheit zu verdanken. Worum geht es? Um meine Freiheit. Und so. Nur damit du es weißt. Weg hier. Weg hier. Wem soll ich jetzt zuerst antworten? Keinen von euch beiden.